Mann, Nima, du Hallöchen nachdem, dass die letzte Runde wieder so glorreich von meinem anderen, vom restlichen Team verkackt wurde. Aber so richtig. Na ja, Mann, ich kann nur das tun, was ich, Earth, 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 Earthshaker, da, ach nee, dann, okay, dann nicht. Mal gucken. Vielleicht. Lümms. Lümms hätte ich kein Problem. Ähm, Nima, Jungle. Your pick. Oh, was da? Oh, Platzika, Willbo. In die Mitte nehme ich an. Hat Mitte. Wetter pick? Okay. Okay. Hing-ging-Ursa, aha, ähm, ähm, könnte man, ja, was neid. Hm? Das stimmt, allerdings. Und Razor. Ja, noch das. Ich muss mit Items Level 6 erreichen. Offlane, oh, das ist vielleicht gar nicht schlecht. Offlane, äh, wer ist neid. Blatzika, um, die Jungs aufzuhalten. Rutschtdokter mit mir und Blatt alleine. Oh. Was? Ich denke... Okay... Dann... ...hat sich das wohl erledigt. Kommt auch mal vor. Selten, aber es kann vor. Wie kann man nur so ein Spiel vergeigen? Ich habe Venomenser tatsächlich ein bisschen vergessen gehabt. Was angeht. Wir haben auch Ränge. Ja. Ja. In eigenen blöden Servern bleiben muss ich da nicht. Aber nein, auf Russland-Servern spielt man ja nicht. Russland-Server sind kacke. Oder das sind dann die, die sagen, die anderen sind mir zu stark in Russland, ich spiele jetzt in Europa, weil es ja einfacher ist oder so und shit. Ein bisschen boosten, dann wieder nach Russland gehen und sagen, ach die sind ja noch schwerer geworden, weil ich jetzt höher im Rang bin. VGS. Das war leider ein ... Moment, war das ein ... Ranked, ne? Genau. Genau. Genau, das war eine Ranked, da hab ich schnell mal kurz gewonnen. Aber im Moment, versauen es mir diese blöden Arschgeigen immer wieder. Ja. 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 Und dann nur noch von 3 Mal per Zufall gespielt. Insgesamt. Ah, dann klicken wir mal. So, jetzt müsste eigentlich ... genau ... jedes Mal bevor es anfängt, verschwindet der Ladebalken oder der Suchbalken, wenn der Startbalken kommt. Ich weiß nicht, ob es bei allen so ist, oder bei mir so. So, jetzt kommt der buildings im пал. Also sind alles im going. So lange, wir bleiben. das ist ach mag auf obwohl das ist ja kein Problem ja 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 jetzt wollen die großen warum bin ich eigentlich bei denen jetzt einsortiert 10 Sekunden wie vorhin so gut 5 Sekunden remaining so wirklich was ich weiß nicht dann 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 ich weiß nicht ob ich den als gehen will auf die Safe Lane gehen und wenn man mit dann 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 was besser wenn es kein kämpfer kann ihm die Eisarme verpassen schlecht allerdings haben die Chaos Knight dann und tinker oh terrorblade dann dann gehe ich wieder hier hin und leg dann auf top ein terrorblade oh sie haben einen push ich meine wenn ich kurz vor einem tower stehe dann habe ich das auch also die anderen dann auch als ob da was was ist das denn für eine zusammenwürfelung wir haben drei anführer in dem wir haben zwei kreuzretter nur wächter wir haben drei anführer ein kreuzretter und ein wächter was ist im moment kommt hier raus weiter kann das sein dass die andauer nicht da sind okay ich bin auf diese Dinge ich kann nicht sie Okay. Okay. Der Bristleback war ja zu. Muss ich jetzt ehrlich sagen. Bristleback war echt dämlich. Ich hab mal eine Spielsuche. Ich hab mal das Kammel in der Bar. Ah. 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 Okay. Der war dämlich. Der im Leben. Der glaubt aber im Leben nicht, dass der da rauskommt. Oh nein. Oh nein. Nein. Ich weiß, wo er jetzt los war. Der Brower hat ihn. Er hat doch kein Deans. Wir sind nicht für den Belustern. Unglaublich. Ich muss schon sagen, Dürber geht gar nicht. 119 und so. Unter mir mal ran. 119. What the fuck? Also langsam wird es lächerlich. Wir haben Viertel vor vier. Das ist lächerlich. Deswegen hatte ich hohe Priorität. Das stimmt. Einfacher. So und jetzt? Den Gin nimmt an. Ach, da sind wir ja schon wieder. Wann ist das? Welcher Kreuzfutter wird denn der Anführer? Welcher Kreuzfutter? Welcher? Welcher? Aha. Wann ich da auch? Wann ich spielen? Wann ich da auch? Wann ich spielen? 10 Sekunden. 5 Sekunden. 5 Sekunden. 5 Sekunden. 5 Sekunden. lives? Die Nacht wird gut nie impro�데. Eins. Das ist alles viel zu lange. Zeit oder so bleiben. darkest 30 Sekunden. Pick someone! Your turn to pick! Use it wisely! Yeah, I think we're going to finish it. Do you have Ruby on it? I don't know what to do. Your turn to pick! Use it wisely! Underdog. Doom. That's it. Hey! Tide! Okay. Hey! Tide! I don't know if I can do it. I don't know if I can do it. Maybe... I should actually get it. How problematic. I can get the guys on the nerves and that's the main thing. That's the main thing. What? Where goes my eye, goes my arrow! Yes! Prepare for battle! What? Greetings, my friend. Where to? how, how is it? You get to the right? I need to get a witch doctor. Indeed. Ich muss mal aufpassen. Ist das noch ein Kurier? Oh nein. Oh. Ich muss da nicht mehr zu tun. Ich habe zuerst die Boots. Ich habe das zu blocken eigentlich ganz geil mit seinem breiten Arsch. Eindruckvoll. Guck mal her, Witch Doctor. Fangen wir gerade mal damit an. Okay. Der beschränkt sich tatsächlich auf den Board. What the? Der ist mein Weg. What? What? Der ist nicht schwarz. Yes. 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 So schwarz. Weim. 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 Halt das der Weg. Dangit. da war die Länge ja da war ich noch ein paar ein paar ein paar ein paar ein paar das ist das ist ein paar Ich bin nicht krummisch rechtzeitig, vielleicht ein bisschen Erfahrung sammeln. Dang! Das Hits muss ich noch üben. Ich braun auch gerade. Dann nochmal ein bisschen ärgern. Ich bin nicht krummisch. Ich bin nicht krummisch. Kann ich nicht krummisch. Ich bin nicht krummisch. Ich kann nicht krummisch. Oh. Was was sonst immer gut gegangen ist. Ja, ich weiß doch, verdammte Axt. Wenn ich endlich... ...dass anhören. Ich fang meine Arrows. Es ist Riesen. Mein! Ja! Ja. 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 Activate Q please Na endlich! Ich habe keinen dauersten Hit, kann man auch vorstellen. Wie mache ich das eigentlich? Für die Hovenland, das ist für Hilfe! Indeed! Woher zu? Ja! Certainly! Ja! 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 Was ist das? Watch out! Midlane is missing! Ich bin dann mit 1 Melodic! Ein Sucker, PA fehlt! Oh Hölle, ist doch wurscht! Ich versuchte es! Wo fällt denn auch Silencer? Silencer ist ja überhaupt da! Ich versuchte es ja, guck! Ich versuchte es ja, guck! Ahaha Ahaha An arrow crew Yes Certainly Indeed Wir sind noch an Level 1. Was ist denn jetzt für ein Schiet-Problem? Was ist mir nicht anpingt, wo ich... Oh Gott, Mann. Bleib defensiv, Leute. Wir wissen nicht, wo sie sind. PA kann Killsnipern. Ja, für dich, was ist das? Nein, Stalker. Stalker ist noch da. Sogar auf das? Einmal war's, der ist raus, okay. Sind überhaupt unsere? Bleiben die gerade da hinten auf, oder was? Nein, Stalker ist noch da. Nein, ich bin hier über Top-Lane. Nein, ich bin hier über Top-Lane. Nein, ich bin hier. Nein, ich bin hier. 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 Wenn ich es helfen kann, ist es eine Waffe. Ich habe eine Schlange, ich bin alltefäde. Wow, PA PS hier Watch out, ultimate Go around this way There's a Jaggernaut ultimate ready Oh, not mine Okay I guess it's very hard to show you Witch Doctor still hasn't ultimate, just go on the tower guys I'm under attack I'm under attack Ohohohoho I have to get the tower tower aufs Herden Good job guys Let's see guys use your healed Gute Idee Vielleicht haben wir sogar Glück Und ich flicke noch Ah ok Ach warum nicht Schreib ich eigentlich nicht Dang it Da hat er keine Rune Auf zum Korea Schnell die Runen Ich hoffe die sind auch da Ja genau das ist auch Unternecht Wollte mich ja nicht weiter jucken Oh das ist nett Oh das ist nett Ah Ja Night Stalker Und Witch Doctor Both got Dust of Appearance Watch out man They got dust Ah 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 Links fliegt Ich habe ihn nicht gesehen Ah der Der 100 Oh Halt 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 Wollte out Juggernaut ist coming mid lane Mhm Point Halt Ich brauche nicht mehr viel. Ich brauche mich einfach hier. Ja. Oh, was? Da ist Witchstock mehr. Hm. Das müsste noch am Füllgeweben sein. Bin ich echt so langsam bei dir? Nee. 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 Die Flache ist weak. Fake, Ghost Nightbones. Orchid Malevolent. Where to? Woah shit. Oh shit. Shit man, warum ist der immer noch schneller? Warum ist der alles noch schneller? Die Katzen, was ist das denn? Ja. What the heck? Ich schieb sie doch sonst wohin, wieso bin ich so lange an dem Angriff? Ey, Alter. Oh shit. Das Problem, wenn man sein... Wenn ich mein Feuer nicht stärke, dann bin ich auch nicht schnell im Schießen. Ich hab dämlich in dem Bild. Oh, hat er jetzt Huck? Nein, Rort. Das war's. Da ist... Okay. Oh, PA. Könnte ich jetzt noch mal einen Freak futtern? Ja, 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 ich muss nur kurz meine Ulti einsetzen. Okay. Ah, liegt's nicht. Shit man. Oh. 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 Ich lag noch. Oh. Oh. Schlechteste. Oh, wenn ich Glück habe... Hab ich das? Naja... Auslassen. Ja. Wtf? Wtf? Das ist ein Problem. Das ist echt ein Problem. Ich hätte früher weggehen sollen. Hätte ich mich nicht mehr bekommen. Ich wollte unbedingt noch. Oh, da ist PA. Ich habe das. Meine Schlechtung sind für Vengeance. Ich habe das. Ich habe das. Ich habe das. Ah, sie haben das Gem. Give it to me, give it to me. Beste Nachricht seit lange. Wait, wait. Okay, good for Flanks. Nur Witchdok da. Gut, das ist ein Tower vor uns. Das ist ein Tower vor uns. Was? Der ist nochmal gestorben, aber warum? Warum wurde es dunkel als der mich errichtet? Oh, Nightstalker hat seine Unche eingesetzt. So, aber... Oh, oh. Oh, oh. Doppel-Kill! Oh! Hat irgendwer das Gem? Was ist das denn? Unglaublich, dass sie nicht mehr... Oh! Guck mal, wie er ein Gem gefangen hat! Oh! Hm... Sollte vielleicht... Ja... Bleiben die doch da! Der Letzte gestorben! Yes! Where to? Twenty! Ah, nananana... Das ist ein Night Stalker! Wow, 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 das ist nicht gut! Your middle tower is under attack. Problem ist halt, sie dürfen mich nicht erwischen. Eigentlich. Ohne Bloodbound krieg ich das nicht. Ich komm noch gar nicht da hoch. Ich komm noch gar nicht da hoch. Ich komm schon. Ahn. ... ... ... ... ... wie eine Waffe! Ja! Ja! Da... Oh, Versace! Oh, Schockwood! Okay. Okay. Ah, endlich. Oh tschau, Blitzstock, der Uhl! Just keep attacking Sniper! Haben wir keine Vision mehr? Ja, ich habe einen Stunnen. Nein, ich habe einen Stunnen. Nein, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Gott. Halt man Oh! Oh! Das ist nicht so schlimm. Mängstens haben wir diesmal gewonnen. Ja ja, ja 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 ja. Oh, ja. Raum fehlstehen bekommt. Zu viel Druck. Das Gem hat mich auch noch einmal geärgert. Beim Pushen. Ich habe am Anfang nur ein bisschen mehr rausbekommen. Ich habe am Anfang ein bisschen mehr bekommen und hätten die nicht so schnell gepusht, hätte ich auch noch Kürze bekommen. Umgelaufen mit dem Gym. Gewordet, permanent, da ich ja die meisten Wege unentdeckt laufen, von daher gewordet, weiter, irgendwen aufpicken, weiter. Wie soll ich sagen, ich habe schon ein paar Mal aufgegriffen. Komfort optimal, wenn ich mal guckt. Ich bin ja schlecht. Obwohl ich viermal weniger gestorben bin, was wiederum. Sondern viermal weniger, sondern viermal weniger. Sondern viermal weniger. Naja. Ähm. Ja. Dann sagen wir auch für die nächste Runde. Ja. 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 Ja.